Condor ist Gerhard Mareda, 70er Australier. Condor, Meiser ist ein Seugenvetter, Trampic, Kappemüller, Banzenberger, Sabaditsch, Bauer, Hafner, Laiker, Löffler. Diese Baustelle haben sie gleich zu Beginn innerhalb kürzester Zeit okkupiert und enteignet, Ringer, über diese Scheinfirma, POR, Gründungszeit ungefähr um die 80er Jahre, nach direktem Erbeschleichen und Abzocken von Opferfamilien, darunter auch Familien von ABP, Tankstellen. Wenn okkupiert und enteignet wird, dann gsaumt, familienweise gsaumt. Hier in der Nebenwohnung gleich neben dem privaten Eigentum verstecken sich dann die Täterkreise. Leider auch dann ein Hinüber in das private Eigentum, Hofmockelgasse. Condor Susi war erkennbar am Wackeln mit den Knochen. Sein Zwulli ist etwas weniger, die liegt aber an den Endstadien der Seuchen. goingkau. Was ist das ? Wir haben da auch schon was, wir haben uns Cosi mit dem bis zum Beispiel mit dem zweiten зарhouse. In der Nebenwohnen, es ist es überspiegel. auch einsch姿. Wir brauchen auch die Vergas!